Ja, liebe Zuschauer, jetzt müssen wir mal über ein sehr unschönes Thema sprechen. Haushalt, saugen, putzen. Ja, ich weiß, jetzt komme ich wieder damit, ne? Aber warum soll man sich das Leben schwerer machen, wenn es doch auch viel einfacher und vor allem viel günstiger geht? Wir zeigen Ihnen jetzt tolle Möglichkeiten, wie Ihr Haushalt wieder tibbi-toppi glänzt, ohne dass Sie wirklich großartig viel Mühe haben und vor allem, dass Sie auch viel dafür investiert haben, ne? Wir haben tolle Staubsauger im Programm, auch einen Dampfreiniger, den ich Ihnen zeigen möchte, denn das Thema Bodenpflege, Bodenreinigung ist natürlich so ein Thema für sich. Und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen zu Hause aussieht mit dem Staubsauger, ob Sie da auch noch so ein großes, altes Modell haben, der nicht mehr richtig saugt und wo man dann vielleicht auch schon gar keine Staubsaugerbeutel mehr findet. Ja, das ist immer ein Riesenthema. Ich habe neulich versucht, Staubsaugerbeutel zu finden. Und zwar, ich bin ja jetzt mit meinem Mann zusammengezogen, wir haben ja geheiratet, er hat einen Staubsauger mit in diese Ehe gebracht quasi und der ist uralt. Ich weiß gar nicht, wo er den her hat. Er möchte ihn aber auch nicht wegschmeißen, er saugt auch noch. Und da habe ich gesagt, okay, ich versuche Staubsaugerbeutel zu finden. Das war ein Riesenakt und die waren unglaublich teuer. Ich habe für drei Staubsaugerbeutel habe ich 12,99 Euro bezahlt. Für drei Beutel, für drei Stück. Also da habe ich auch gedacht, uiuiui, das ist aber teuer. Also uiuiui. Deshalb, da ist es schon toll, wenn man halt einen modernen Staubsauger noch hat, vielleicht einfach auch mal den alten dann rausschmeißt. Ich weiß, Staubsauger, viele haben da immer so ein bisschen Angst vor und sagen, oh, ein Staubsauger kostet gleich 200, 300 Euro. Nein, muss es nicht. Das beweisen wir hier. Und wir haben tolle Zyklon-Staubsauger für Sie im Programm. Den ersten zeigen wir Ihnen jetzt. 3,6 Kilo leicht ist der. Und der saugt fantastisch mit einer Saugleistung von 1600 Watt. Und schau mal hier, der hat keinen Beutel, sondern der hat diese tolle Zyklontechnik. Beutelloses Saugen, da sind natürlich auch die entsprechenden Filter drin. Das können wir uns gleich ja nochmal angucken, dieses tolle HEPA-Filtersystem. Das ist gerade für Allergiker und Asthmatiker ganz, ganz wichtig, weil viele Staubsauger, und das sieht man sogar dann auch, wenn man mal irgendwas Pudriges einsaugt, die saugen vorne ein. Also ich hatte das auch, ich habe mal Mehl runtergekippt gehabt, habe das Mehl eingesaugt und du hast richtig gesehen, wie der Staubsauger das wieder hochgepustet hat in die Luft. Deshalb hier haben Sie aber bei unseren tollen Zyklon-Staubsauger, und Sie sehen gerade das ganze Zubehör, was mitgeliefert wird, da haben Sie dann die Möglichkeit, hier in diesem Staubbehälter den Staub gut aufzufangen. Und durch diese tollen HEPA-Filtersysteme, die auch noch waschbar sind, haben Sie dann auch immer die optimale Reinigung gleichzeitig auch noch. Also da wird nichts mehr wieder in die Luft gepustet. Ist eine super Sache. Und ich habe hier den ersten schon bei mir. Ich möchte Ihnen natürlich diesen tollen Staubauffangbehälter hier mal zeigen, wie schön das gemacht ist. Und zwar hat man hier diesen tollen Behälter, der hier auch sehr großzügig gestaltet ist. Da gehen zwei Liter hinein und den kann man dann hier oben einfach abnehmen. Schauen Sie mal, das ist einfach hier ein Knopfdruck. Dann kann man den abnehmen. Dann macht man hier vorne einmal das raus. Und dann kann man den hier unten einfach aufmachen und dann dementsprechend über dem Mülleimer ausleeren. Ja, dann kommt unten alles raus. Hier drin, was Sie da drin sehen, das ist der HEPA-Filter, der hier noch zusätzlich drin ist. Diese Lamellen, die Sie sehen. Genial, liebe Zuschauer. Nie wieder teure Staubsaugerbeutel kaufen. Oder vielleicht haben Sie auch noch ein älteres Modell, wo es die Staubsaugerbeutel gar nicht mehr gibt. So geht es mir nämlich zum Beispiel. Das ist doch hier Qualität von Sichler. Und jetzt schauen wir mal, wie der hier den Dreck einfach wegnimmt. Der entfernt den Dreck nicht nur vom Teppich, natürlich auch vom Polstermöbeln, vom Parkett, wie das hier gerade vorgemacht wird, vom Steinboden. Wir liefern Ihnen natürlich auch eine kleine Fugendüse mit, dass Sie auch ganz gern mal die Couch durchsaugen können. Ich bin jetzt mal, ich spiele jetzt mal Krümelmonster. Ich habe mir jetzt gerade Kelloggs gemacht zum Frühstück und habe jetzt hier so ein bisschen gekrümelt. Ich bin ein Krümelmonster. So, und jetzt schauen Sie sich das mal an. Einmal drüber saugen und der nimmt sofort alles weg. Und das hier ist wirklich der absolute Härtefall. Weil wenn ich so hochflorigen Teppich habe, da sammeln sich die Krümel so gut an, das ist nicht so schön. Aber hier, schauen Sie mal, Kati geht da ein einziges Mal drüber. Ich kenne das von meinem alten Modell. Da sauge ich zehnmal drüber, damit dann auch wirklich alle Krümel entfernt sind. Das ist hier gar kein Problem mehr. Und das sagen auch unsere Kunden. Einfach klasse, dieser Staubsauger. Und endlich mal wieder einer mit ordentlicher Saugkraft. Bei anderen Staubsaugern ist das ja nicht vorhanden. Ich bin mit dem Sichler total zufrieden. Und Klaus A. schreibt uns, ich kann mich nur bedanken für dieses Gerät. Ein Top-Preis-Leistungsverhältnis. Vielen Dank, liebes Pearl-TV-Team. Mensch, das klingt ja toll. Es ist schön, dass Sie so viel Freude damit haben. Und auch wenn Sie vielleicht unter Allergien leiden, Hausstaub, dann ist dieser Zyklon-Staubsauger perfekt für Sie, liebe Zuschauer. Ja, und die teuren Staubsaugerbeutel, die müssen Sie auch nie wieder kaufen. Und da sehen wir gerade sehr gut diese Zyklon-Technik. Schau mal, wie der Staub da drin rotiert. Der wird richtig an die Seiten gedrückt. Ja, und das war alles in den Teppich. Ja, und da hat man keinen Saugkraftverlust, was man bei Beutelsaugern immer hat. Sondern hier wird durch diese Zyklon-Technik alles richtig schön angesagt. 1.600 Watt Saugleistung ist natürlich auch eine ganze Menge. Deshalb hier ein fantastisches Saugergebnis. Wenn auch Sie vielleicht noch einen kleinen kompakten Staubsauger brauchen, dann ist das genau der Richtige für Sie. Gerade auch für so eine 1-2-Zimmerwohnung. Da möchte man kein großes Gerät haben. Man sucht nach einem kleinen kompakten Staubsauger. Und den haben Sie hier gefunden. Weil dieses Modell, und das möchte ich nochmal zeigen, man hat immer das Problem, einen Staubsauger zu tragen. Schauen Sie mal, mit 3,6 Kilo. Und da ist hier der Stab schon mit dabei. Den kann man wunderbar auch mit hin und her tragen. Das ist überhaupt kein Problem. Auch mal eine Treppe hoch ins nächste Zimmer. Den kann man wunderbar dann auch durch die Wohnung nehmen. Mein Staubsauger, wenn ich den hin und her fahre, weißt du, wie oft ich da schon irgendwo an Kanten angeschlagen bin. Da hat man dann direkt immer in den Türrahmen die kleinen Zacken drin, weil der Staubsauger dagegen gefahren ist. Das hat man hier nicht. Weil der ist wirklich fantastisch und neu bei uns im Programm. Sie sehen auch hier die großen Rollen, die der hat. Natürlich hier auch noch die tolle Kabelaufwicklung. Das Kabel ist auch lang genug. So muss ein Staubsauger sein. Also vor allem mit 1.600 Watt Saugleistung muss ein Staubsauger sein. Und vor allen Dingen ist er nicht teuer. 47,41 Euro. Und Sie haben es gerade gesehen, nicht nur vom Parkett saugt er diese grüne Mühle losweg, sondern auch von dem hochflorigen Teppich. Das ist natürlich hier Saugleistung. 1.600 Watt, NX5687 und die 569. Sie haben auch die positiven Kundenstimmen gehört, liebe Zuschauer. Das waren hier wirklich Kaufempfehlungen. Und hier sehen wir auch noch mal Konfetti, der absolute Härtefall. So, jetzt haben wir aber noch was ganz anderes für Sie, nämlich ein 2 in 1 Zyklon. Staubsauger, wieso 2 in 1? Weil das ein Hand- und Bodensauger ist. Und den würde ich für jeden empfehlen, der ein kleines kompaktes Handgerät haben möchte. Ich krümel jetzt mal alles voll. Entschuldigung, die Kekse waren so lecker. Du kannst aber auch den Boden voll krübeln, denn ich habe ja einen Hand- und Bodensauger. Das war nicht mit Absicht. Das ist hier das Geniale, weil mit dem Hand- und Bodensauger bist du halt total flexibel. Also das ist so ein Sauger, mit dem Sie mal eben ein Sofa absaugen können, mit dem Sie mal eben Ihr Auto aussaugen können. Und wenn Sie merken, oh, da ist auch noch was auf dem Boden, dann stecken Sie hier einfach die mitgelieferten Zusatzteile drauf und haben aus diesem kleinen Gerät mal eben innerhalb von Sekunden ruckzuck einen Bodensauger gemacht. Sie sehen momentan hier dieser Fugensauger, der hier drauf ist. Und dann nimmt man einfach dementsprechend ab. Dann hat man hier die Verlängerungsstange, die man dann da, so rum gehört sie, da drauf bringen kann, zack. Und dann nimmt man natürlich die tolle Bodendüse und setzt die auf. Die ist hier auch im Lieferumfang schon mit dabei. Also wir haben ja heute das Komplettset für 37,91 Euro. Das gesamte Komplettset, die kleine Bürste ist auch noch mit dabei. Also alles komplett. Und schauen Sie mal, jetzt haben Sie hier innerhalb von Sekunden und jetzt stehe ich nochmal auf, hier einen fantastischen Bodensauger. Und guck mal, wie leicht der ist. Wahnsinn. Also wirklich fast kein Gewicht hier. Das ist wichtig, dass diese Stoppsauger nicht so viel ist. Einmal drüber und schon ist alles weg. Wie genial das ist. Wow. Vor allem auch hier ist Ihnen direkt aufgefallen, wie schön hier das Saugergebnis ist. Die Faser wird toll aufgerichtet. Du hast einen sehr, sehr leichten Staubsauger in der Hand. Und auch hier das Ganze wieder ganz wichtig. Zyklontechnik. Beutellos. Keine Folgekosten. Kein Nachkaufen von Beuteln. Denn hier haben Sie einfach hier diesen Staubauffangbehälter. Da wird hier unten einfach, und das mache ich jetzt mal mit Absicht, guck mal, da fällt das alles wieder auf den Boden. Zack, ist es alles wieder raus. Das machen Sie mir natürlich dann zu Hause bitte über dem Abfalleimer. Aber ich kann es ja jetzt hier gleich wieder einsaugen. Walter M., der schreibt uns, ich bin sehr zufrieden mit dem Produkt. Es macht sehr viel Spaß, damit zu saugen, da es sehr rückenschonend ist. Genau, das ist auch ganz wichtig. Also normale Staubsauger wiegen auch viel. Und nachdem man die Wohnung dann sauber gesaugt hat, hat man auch dementsprechend Rückenschmerzen. Und Verena R. aus Hamburg schreibt uns, dieser Staubsauger ist der beste, den ich je hatte. Na, das sind doch mal Komplimente ohne Ende. Super, oder? Toll. Guck mal, wie schön man damit saugen kann. Der ist so leicht. Also vom Tragegefühl alleine, wenn man den in der Hand hat, ganz, ganz fantastisch. Also so leicht hat man, glaube ich, noch nie gesaugt. Und wenn Sie jetzt merken, oh, da sind auch noch Krümel auf dem Sofa, dann machen Sie innerhalb von Sekunden aus diesem Bodensauger mit einem Handgriff, zack, einen Handsauger. Wählen die passende Düse aus, die Sie nehmen wollen. Guck mal hier, die ist auch schön. Das ist so meine Lieblings. Die ist ganz gut auch für Autopolster, weil das hier sehr schön die Polster ein bisschen aufbereitet. Und dann kannst du hier wunderbar direkt auf die Polster gehen und auch die Polster auftragen. Ist das genial. Das ist eine super Sache. Aber da brauche ich gleich noch mal die Fugenbürste, glaube ich, um da auch schön in die Fugen zu kommen. Aber du hast hier, und das sieht man sehr gut, auch hier diese Zyklon-Technik. Schau mal, wie toll das aussieht. Wie hier der Schmutz richtig eingefangen wird und hier herum zirkuliert. Beutellos das Ganze. Kein Nachkaufen von Beuteln, die Sie hier haben. Unser toller 2-in-1-Zyklon-Staubsauger. Ein Boden- und ein Handsauger mit dieser tollen Zyklon-Technologie. Und das komplett für 37,91 Euro. Zumal ich sehe hier auch gleich, ob jetzt dieser Behälter voll ist, ob ich ihn mal wieder leeren muss. Das sehe ich aber in den Staubsaugerbeuteln nicht. Die sind ja nicht transparent. Das heißt, irgendwann merke ich nur, oh, jetzt wird es schwer. Und hier sehen Sie, wie schnell und sauber Kathi ja alles wegsaugt. Das war jetzt wirklich keine Arbeit. Der wiegt ja auch nichts. Das ist für mich als Frau sehr wichtig, dass ein Staubsauger nicht viel wiegt. Ja, für viele. Auch gerade für ältere Menschen. Also ich weiß jetzt von meiner Oma, wie die dann immer mit ihrem Staubsauger kämpft. Und das tut mir ja immer so leid. Ich komme her, ich mache das mal eben schnell. Weil das ist wirklich ein Riesenakt, wenn man den dann noch irgendwie aus dem Schrank holt und dann auch in die oberste Etage, weißt du, dann sind oben die Schlafzimmer. Und dann musst du den Staubsauger oder die Treppe hochwuppen. Das ist doch unglaublich, ja. So ein irgendwie 15-Kilo-Ding. Hier haben Sie wirklich einen kompakten Staubsauger. Der ist auch als Zweitsauger mal ideal. Sie können ja Ihren tollen, großen Staubsauger behalten. Aber wenn Sie einfach zwischendurch mal eben, weißt du, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, die Krümel unterm Sofa wegsaugen möchtest, ja. Oder mal eben halt... Spekulatius-Krümel, ne. Dann auf der Couch auch. Mein Mann macht das auch super gerne. Der isst abends immer noch einen Keks. Der braucht immer abends noch, wenn er einen stressigen Tag im Krankenhaus hatte, braucht er abends einen Keks und ein Glas Milch. Wie so ein kleiner Junge. Und dann sitzt er dann auch, krübelt die ganze Couch voll natürlich. Und auch alles unter ihm. Man sieht es immer genau, wo er gesessen hat. Und dann musst du aber dann genau da halt mal eben schnell saugen. Dafür dann den großen Staubsauger aus der Abstellkammer zu holen. Durchs ganze Wohnzimmer, dann zum Sofa. Und also das ist ein Riesenaufwand. Hier hast du das ruckzuck mal eben gemacht. Das ist fantastisch, ja. Das ist wirklich vor allem für 37,91 Euro. Das Komplettpaket heute. Inklusive der Bodendüse, inklusive des Verlängerungsrohrs, der Fugendüse und natürlich hier auch noch der kleinen Bürste. Alles komplett für 37,91 Euro. Ja, da sollten Sie jetzt ganz schnell zugreifen. Mit der NX 5590 und der 569. Unseren 2 in 1 Zyklon-Staubsauger. Wie gesagt, die Zusatz- oder Zubehörteile liefern wir Ihnen alle mit. 39,90 Euro. Wahnsinn. Da sollten Sie jetzt zugreifen oder Sie warten noch 2 Sekündchen, weil wir haben noch was für Sie. Ja, ich habe den tollen 2 in 1 Sauger für Sie. Jetzt nochmal. Und der Clou ist hier jetzt, hier sind wir und Sie sehen das, kabellos unterwegs. Ach, das ist ja toll. Also das kann ich auch mal im Auto liegen haben. Das ist ein Akkugerät. Den kannst du überall verwenden und zwar ohne Steckdose. Ist das toll. Ist das genial. Ist das toll, ja. Das ist so genial. Man kennt das ja, dass die Kabel meistens auch viel zu kurz sind. Ja, und guck mal, das ist der klassische Kampf mit dem Kabel, mit dem Staubsauger, mit dem großen, wo man dann wirklich schon total entnervt ist, wo man denkt, oh, das kenne ich auch. Eine Steckdose für den Staubsauger. Hier bist du total flexibel mit unterwegs. Hast ein ganz kleines Gewicht auch hier nur. Und kannst wirklich ruckzuck alles absaugen. Mit einer wunderbaren Saugleistung für den Akkustaubsauger. Auch eine lange Laufdauer für Akkustaubsauger. Es gibt ja unterschiedliche Hersteller dann auch. Gerade für diese Zyklontechnik, da gibt es immer so ein rotes Modell. Ganz, ganz schick. Die Kosten, Wahnsinn, viele, viele hundert Euro. Also da kriegt man so einen Akkuhandstaubsauger hier, wenn man dann noch ein 2-in-1-Modell haben möchte, nicht unter 500 Euro. Hier sieht man das auch nochmal schön, diese rotierenden Bürsten. Genau, die zeige ich gleich nochmal. Damit bekommt man natürlich den Boden auch richtig sauber. Ohne, dass man 500 Mal drüber saugen muss. Auch hier, das ist der Klassiker eigentlich. Man fährt zur Tankstelle, man will sein Auto aussaugen, steckt 50 Cent in den Automat, saugt einmal kurz über den Sitz und stellt schon wieder fest, nochmal 50 Cent nachlegen. Nochmal, nochmal, nochmal. Kennst du ja, das ist furchtbar, was man da für Geld lässt. Ja, und dann ist man im Kofferraum angekommen und da ist wieder das Geld, der ab sofort brauchen Sie nicht mehr zur Tankstelle fahren, um Ihr Auto auszusaugen. Das machen Sie nämlich mit Ihren eigenen Zyklonsauger. Und auch hier haben wir das Komplett-Set heute für 94,91 Euro. Da ist auch hier diese tolle Polsterbürstendüse mit dabei, die schön auch noch aufwertet. Die kann man übrigens auch in der Neigung so ein bisschen verstellen, wenn Sie das möchten. Dann haben wir hier die tolle Fugendüse mit dabei, die Sie entweder normal als Fugendüse benutzen können oder dann hier auch umklappen können zur Bürste, wenn Sie das möchten. Da sind noch so schöne Borsten dran. Und wir haben das komplette Bodenset mit dabei. Das heißt, die Verlängerungsstücke sind mit dabei und auch diese Bodendüse mit diesem rotierenden Aufsatz ist mit dabei. Das möchte ich Ihnen noch mal zeigen. Das ist auch was ganz Besonderes. Schauen Sie mal, da sind diese blauen Borsten drin. Und wenn man da über den Fußboden fährt, wird der richtig schön aufgewertet. Da sieht man es sehr schön. Gerade Teppichböden, die werden wieder wie neu, weil sich die Fasern sehr schön aufstellen. Oder auch wenn man Tiere in der Wohnung hat. Diese Tierhaare sammeln sich ja auch ganz gerne mal in den Polstermöbeln. Das ist natürlich toll. Und auch hier bist du halt unglaublich flexibel, weil das Gerät selber so einfach zu bedienen ist. Das heißt, du suchst dir den Aufsatz aus, den du gerne nehmen möchtest, schaltest an und kannst direkt lossaugen. Und du siehst, auch hier hat man wieder diese tolle Zyklontechnik. Akku ist drin. Und du brauchst keine Beutel kaufen, weil hier wird einfach eingebaut. Sieht das ungefähr so aus, wenn dein Mann Pekse gegessen hat? Ja, genau. Oder noch schlimmer. Genau. Und hier kannst du auch mal ganz sanft, ohne die Oberfläche zu beschädigen natürlich, mit dieser Bürste dann hier drüber gehen und das schön auch aus den Fugen rausarbeiten, wenn du das möchtest. Das ist hier überhaupt kein Problem. Zack, ist alles weg. Oh, toll. Auch hier nochmal können wir nochmal hin drüber gehen. Ideal, wenn man natürlich auch Kinder im Haushalt hat, die ganz gerne mal naschen und rumkrümeln. Da sollte man hier zuschlagen. NX 55,89 und die 569 für unfassbare 94,91 Euro. Also das kann man hier wirklich nicht mehr toppen. Alle Zubehöre, alle Ersatzteile liefern wir Ihnen mit nach Hause. Also der Preis, den Sie eingeblendet sehen, das ist wirklich der komplette Preis. Und wir setzen jetzt nochmal gleich einen drauf. Denn Sie wissen ja, bei uns gibt es Markenprodukte zum kleinen Preis, wie zum Beispiel auch hier unseren Bodenreiniger. Ja, wenn man dann wirklich alles perfekt sauber haben möchte, also wirklich hygienisch rein, kann man sagen, dann muss man natürlich anfangen mit einem Dampfreiniger zu arbeiten. Gerade auf glatten Böden kann man wunderbar saugen. Der Boden, da sitzen aber trotzdem noch Viren und Bakterien zum Beispiel drauf. Die gehen halt nur wirklich weg, wenn man mit heißem Dampf dann da dran geht. Viele wischen natürlich auch den Boden, mache ich auch zu Hause. Aber das Wischwasser kriegt man ja nie auf 100 Grad heiß, um wirklich die Viren und Bakterien zu töten. Und zweitens, wenn du wischst, dann hast du ja meistens einen Eimer, dann spült man den Lappen da drin aus und dann verteilt man ja eigentlich nur die Bakterien, ne? Genau. Und deshalb ist unser toller Multifunktions-Bodendampfreiniger genau das Richtige für Sie, um hygienisch zu reinigen. Und wir haben den heute für 66,41 Euro inklusive des gesamten Zubehör-Sets. Und zwar ein zwölfteiliges Zubehör-Set, das wir hier mit dabei haben, sodass Sie hier nicht nur den Boden reinigen können, sondern Sie können auch die Fenster mit dem Dampfreiniger reinigen. Sie können auch Fugen mit dem Dampfreiniger reinigen. Das gesamte Badezimmer quasi, Fliesen können damit gereinigt werden. So ein Dampfreiniger ist ein Knaller. Ich weiß, meine Mutter hat früher immer, als ich klein war, den Dampfreiniger von einer Freundin ausgeliehen. Weil früher haben diese Dampfreiniger an die 1.000 Mark gekostet. Ja, stimmt, genau. Kennst du das? Ja, und dann hat eine Freundin von meiner Mutter einen Dampfreiniger gekauft. Und dann wurde der immer zwischen den Freundinnen rum ausgeliehen. Und sie hat ihn dann immer gehabt, irgendwie für einen Tag oder zwei Tage oder mal so ein Wochenende hat er gesagt, ich habe mir den Dampfreiniger ausgeliehen. Und dann wurde mit dem Dampfreiniger alle Fenster geputzt. Dann wurde das gesamte Badezimmer da ordentlich gedampfreinigt, weil das wirklich hygienisch rein war. Man hat es gesehen, die Fugen wurden plötzlich wieder richtig sauber. Der Boden wurde natürlich auch hygienisch rein. Man hat nicht graue Fugen, sondern doch tatsächlich weiße Fugen in der Küche. Genau, genau. Das merkt man ja sonst gar nicht. Wenn man gekocht hat, wenn das Fett so an die Fliesen spritzt, da kann man das auch gut entfernen. Oder wir Frauen das Haarspray von den Badezimmerfliesen. Oder sie haben auch hier Tiere im Haushalt. Da kann man das schön mit desinfizieren. Und muss ich da jetzt noch einen chemischen Reiniger da reinmachen? Nein, gar nicht. Du hast hier einfach den Wassertank, den du auffüllst. Der ist auch sofort startklar. Also das dauert so circa 5-6 Minuten. Dann ist das Gerät aufgeheizt. Und dann kannst du hier schauen, was du damit halt machen möchtest. Ich habe jetzt mal hier ein bisschen zusammengebaut. Und zwar für die Bodenreinigung. Das sind einfach Steckelemente. Das geht innerhalb von Sekunden. Dann hast du hier unten diesen Fuß. Und da siehst du, da ist diese Bürste mit dabei. Da kannst du hier dann einfach den Lappen so drüber machen. Gerade bei dem glatten Boden sollte der Lappen dann da drüber. Und zwar wird der hier an den Seiten, das sind so Klappelemente. Das sieht man jetzt, glaube ich, sehr gut. Da wird der einfach reingeklappt quasi. Dann machst du es einmal hoch. Du machst ihn da schön in diese Klappelemente hinein, sodass das schön festhält. Und dann hast du hier durch dieses Mikrofasertuch auch eine schöne Reinigung dann des Bodens. Das werden Sie sehen. Ich mache das jetzt mal. Das Ergebnis ist wirklich phänomenal. Weil man kriegt von einem gedacht sauberen Boden. Und Sie können es ruhig mal machen. Und Sie können Ihren Boden mal staubsaugen. Danach können Sie ihn wischen. Und dann gehen Sie mal mit dem Dampfreiniger rüber. Sie denken, der Boden ist sauber. Und dann werden Sie erstaunt sein, was hier noch alles am Mikrofasertuch klebt. Das können Sie übrigens dann einfach in der Waschmaschine bei 40 Grad waschen. Ach so, kann ich immer wieder verwenden. Als kleiner Tipp. Ich gehe jetzt direkt mal auf den Boden. Um das zu zeigen, hier vorne ist dieser kleine Bedampfer. Also wenn du hier drauf drückst, fängt der Dampfausstoß an. Den kannst du hier auch noch in unterschiedliche Stufen dann einstellen. Direkt je nachdem, wie du es haben möchtest. Und du siehst hier sehr gut am Gerät selber, wie es mit dem Dampf momentan aussieht. Wie heiß der jetzt schon ist. Ob der Dampf fertig produziert ist. Das heißt, wenn es grün leuchtet, dann ist es fertig. Dann kann ich das benutzen. Genau. Und die rote Lampe leuchtet auch. Das heißt, Dampf wird produziert. Und dann kann man hier dann, sobald der Dampfer dann startklar ist, mit über den Boden fahren. Und das ganz toll abreinigen alles. Ist der schwer, dieser Dampfreiniger? Nee. Überhaupt nicht. Willst du mal hochheben? Ja, gerne. Kannst du mal gerne hochheben? Das kommt natürlich immer darauf an, wie viel Wasser drin ist. Aber das geht wirklich sehr, sehr gut. Das war übrigens rechts. Das andere rechts und mit links. Super. Jetzt sehen wir das hier nochmal. Fliesen werden gereinigt. Natürlich auch die Fugen. Oder aber auch Teppich- und Polstermöbel. Oder aber auch mal die Bettmatratze. Eine Matratze steckt man ja nicht so einfach in die Waschmaschine. Ist ja klar, die ist groß, die ist sperrig. Aber auch da sammeln sich dementsprechend viele Keime, viele Bakterien. Gehen Sie einfach mal hier mit dem Dampfreiniger drüber. Super praktisch. Sie sehen es, wie einfach man das Tuch wechselt. Kati hat es angesprochen. Wenn man fertig ist, einfach in die Waschmaschine stecken. Fertig. Eine ganz fantastische Sache. Und hier wird mit bis zu 4,5 Bar Druck gereinigt. Das ist wirklich toll, wenn man damit dann über den Boden geht. Und man hat auch keinen nassen Boden. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Also keine Ausrutschgefahr. Ja, und gerade bei Parkett zum Beispiel Laminat, aber gerade auch Parkett, darfst du ja nicht nass wischen, sondern nur nebelfeucht. Und das können Sie aber dann mit diesem tollen Dampfreiniger natürlich ideal machen. Dann auch dementsprechend die Fenster, die man sehr schön putzen kann damit. Also das ist auch eine fantastische Sache. Und dann die Fugen zum Beispiel. Also besser geht es, glaube ich, nicht. So ein Dampfreiniger ist da toll. Schlagen Sie zu, liebe Zuschauer. NC 3919 und die 56966,41 Euro. Kathi hat es schon angesprochen, wie teuer normalerweise diese Dampfreiniger sind. Ja, das ist so teuer, dass man die sich sogar untereinander ausburgt. Ab jetzt haben Sie Ihren privaten Dampfreiniger für Sie zu Hause. Und toll natürlich auch, wenn man Kinder im Haushalt hat oder Tiere. Jetzt sieht man auch hier, wie einfach das geht. Einfach mal hier kurz drüberwischen und schon ist alles sauber. Schmutzbakterien, Bakterien ab sofort haben die im Haushalt nichts mehr verloren. Ja, der dampft hier jetzt schon ordentlich. Sehen Sie sehen, der Dampf, der hier immer aufsteigt. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Geht ganz leicht, ganz, ganz einfach. Einfach nur drüberfahren. Und dann hat man hier den Boden schön abgedampft. Bis zu 120 Grad heißer Wasserdampf, der hier dann den Boden toll abreinigt. So, und ich zeige jetzt mal hier unten das Tuch, damit wir uns das mal anschauen können. Schauen Sie mal, was da jetzt schon alles vom Boden abgegangen ist. Der Boden ist sauber aus. Ja, der wird ja hier auch regelmäßig gewischt. Aber trotzdem geht mit dem Dampfreiniger halt noch viel, viel runter. Also so ein Dampfreiniger, was ganz, ganz toll ist, darf eigentlich in keinem Haushalt fehlen. Weil Sie damit hygienisch Bakterien töten, keimfrei reinigen wirklich. Ja, ohne Reinigungsmittel. Ohne Reinigungsmittel, also auch ohne Chemie, selbstverständlich. Deshalb hier dann schnell zugreifen bei dem Komplettset. Inklusive dem zwölfteiligen Zubehörset. Da haben wir heute diesen fantastischen Preis von 66,41 Euro. Toll. Putzen war noch nie so einfach. Putzen hat vor allem noch nie so viel Spaß gemacht. Und man sieht ja auch, dass man ihn ganz vielseitig einsetzen kann. Das muss jetzt nicht nur der Fliesenboden sein oder die Fugen. Das kann der Teppich sein. Das kann eine Couch sein, das Sofa sein. Oder aber auch mal die Autositze, Polstermöbel. Egal, was Sie hier zu Hause haben, die Fenster. Du hast es gerade angesprochen, das ist ja auch immer so ein leidiges Thema, wenn man da rumkraxeln muss. Auch gerne die Fenster reinigen. Ja, oder wenn der Besuch mal vor der Tür steht und sich ankündigt, da soll es ja auch immer ganz schnell gehen. Da mal noch schnell durchputzen und durchwischen. Es ist so schön und vor allem ohne Chemie. Also zu 100% hier wirklich ganz sauber und hygienisch. Bis zu 120 Grad wird hier der Dampf heiß. Und dann sehen Sie auch natürlich, wenn Sie Kinder im Haushalt haben. Kinder fällt ja auch ganz gerne mal Essen runter. Dann essen die das vom Boden. Ab jetzt brauchen Sie sich gar keine Gedanken mehr machen. Denn Sie haben ja hier unseren Dampfreiniger. Oder natürlich auch unseren Multizyklon-Staubsauger, den wir Ihnen heute in der Sendung vorgestellt haben. Kathi, macht das hier richtig Spaß, habe ich das Gefühl. Ja, guck mal. Also der Teppich sieht aus wie neu, wenn man den damit bearbeitet. Weil sich die Faser natürlich so schön aufstellt. Eine ganz tolle Sache und das geht so leicht. Deshalb legen Sie los mit unseren tollen Staubsaugern und dem Dampfreiniger. Damit wird alles ganz, ganz sauber bei Ihnen.